Die Stadt Berneburg, Klaus Störtewecker und Goetheke Michels erwiesen sich als ein starkes Seeräuberhudel. Die Hansekokken waren prall gefüllt, es gab alles im Überfluss. Unsere Helden befanden sich, beflügelt von Gustav Berneburgs Plan, genau dort, wo sie niemals hätten sein sollen. Alle Mann an Berek, die dritte Hansekokke liegt direkt vor meiner Breitseite. Richard hat nicht zu viel versprochen. Umso tief wie die liegt, wird das nochmal ein fetter Fakt. Nino, Richard tritt ab. Wo will er denn hin? Er steuert auf, werden zu, landlanden. Aber die Hanse kreuzt und liegt jetzt direkt zwischen uns. Wir müssen jetzt zuschlagen. Dann eben ohne Richard. Männer, alles klar machen zum Ende. Gottes Freund und allen Freund. Gottes Freundinnen. Heilige Freundinnen. Gottes Freundinnen. Heilige Freundin. Gottes Freundinnen. Alles.-